Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungstutorial. Heute gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie, das heißt wir sind jetzt sozusagen mit den Grundlagen erstmal durch und wollen uns jetzt die Sachen im Detail angucken, also wirklich auch die einzelnen Dinge angucken. Wir wollen uns andere Kryptowährungen angucken, wir wollen praktische Sachen machen und so weiter und so fort. Also sehr sehr viel cooles Zeug. So, ja wir wollen uns heute die Transaktionskosten näher angucken und was die Coinbase Transaktion ist. Und dazu habe ich jetzt hier einfach mal wieder auf blockchain.info den aktuellen Blog aufgemacht, 500.377. Da könnt ihr euch dann relativ genau ausrechnen, wann ich dieses Video aufgenommen habe, wobei, ja okay, langweilig. Hier steht der Zeitstempel, naja gut, auf jeden Fall. Was wir hier jetzt sehen können ist, also das hier oben ist erstmal nicht so ganz wichtig für uns. Hier steht übrigens auch die Schwierigkeit, wie sich diese Schwierigkeit berechnet, beziehungsweise auf den Blog hier auswirkt, der übrigens mit einigen Nullen hier der Hashwert anfängt. Das ist ein bisschen komplexer, als ich letztes Mal gesagt habe. Ich habe nur gesagt, er ist kleiner als eine Schwierigkeit. Das stimmt schon. Allerdings muss man hier mit dieser Schwierigkeit, das ist nicht genau die richtige Schwierigkeit, die angibt, wie klein der Hashwert eigentlich sein muss. Also das ist nicht so einfach umzurechnen. Hier unten finden wir auch die Nons und hier finden wir den sogenannten Blog Reward. Was das ist, gleich mehr dazu. Jetzt erstmal hier zu unserer Transaktion. Wir haben hier eine normale Transaktion. Und ja, diese Transaktion enthält Gebühren und zwar Gebühren pro Byte. Das ist ein Satoshi pro Byte gerechnet. Ein Satoshi ist ein Bruchteil von einer Bitcoin. Insgesamt kommt man dann hier auf Gebühren. Das ist eine wirklich ganz normale Transaktion. Ein Input, zwei Outputs, das ist absolut normal. Einer davon ist wahrscheinlich fürs Wechselgeld, wahrscheinlich der hier oben. Und der andere ist halt einfach für den Empfänger tatsächlich gedacht. So, und wir haben jetzt hier 0,005 Bitcoin Transaktionskosten. Das sind 84,21 US-Dollar. Das ist fucking viel für eine Transaktion. Das müsst ihr euch mal überlegen. Eine Überweisung für 84 Dollar, das ist echt richtig, richtig viel. Und ja, was bedeutet das jetzt für mich? Wenn ich jetzt eine Transaktion ins Netzwerk stelle und ich gebe keine Gebühren an. Sprich, also Gebühren berechnen sich erstmal ganz simpel. Alle Eingänge, die werden alle angegeben, ganz klar. Und es werden alle Ausgänge angegeben. Gebühren werden nicht angegeben. Aber einfach alle Ausgänge, die, beziehungsweise alle Eingänge minus alle Ausgänge. Das wäre dann in dem Fall relativ simpel. Einfach das hier minus das hier. Dann kommen wir bei 0,005 Bitcoin raus. Und das sind die Gebühren. Und die bekommt der Miner dafür, dass er die Transaktion in den Block reinpackt. Jetzt, warum sollte ein Miner die Wahl haben, welche Transaktion jetzt er für den Block wählt? Falls ihr euch an das letzte Mal erinnert, wir haben dort einen Mempool gehabt. Der Mempool enthält einfach alle Transaktionen, die noch nicht in dem Block drin sind. Und das können ganz schön viele sein. Wenn ihr euch jetzt einfach mal überlegt, 2000 Überweisungen pro Minute. Das ist jetzt nicht besonders viel für ein weltweites Netzwerk. Und vor allem nicht für sowas berühmtes, in Anführungsstrichen, sag ich jetzt mal, wie Bitcoin. Das heißt, wir haben 2000 Transaktionen pro Minute, aber es wird pro 10 Minuten nur ein Block erschaffen. Und in einem Block passen maximal, also es sind auf jeden Fall eigentlich immer weniger als 3000 Transaktionen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 17.000 Transaktionen, die nicht in den Block reingepackt werden. Und das alle 10 Minuten. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Es sind nicht wirklich so viele. Aber nur damit ihr mal ein Verhältnis bekommt. Wir können nicht mehr als 3000 Transaktionen pro 10 Minuten verarbeiten aktuell. Und das ist ein Riesenproblem von Bitcoin. Denn so passiert nämlich folgendes. Es werden einfach die Transaktionen genommen, die die meisten Gebühren angegeben haben. In dem Fall jetzt hier über 80 Dollar. Und die anderen werden einfach nicht genommen. Denn der Miner wird natürlich immer die Gebühren nehmen, die am höchsten sind. Also die Transaktionen, die die höchsten Gebühren haben. Denn an denen verdient er natürlich am meisten. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass der Miner einfach die Transaktionen, die keine Gebühren enthalten, dass er die einfach links liegen lässt. Das heißt, wenn ihr keine Gebühren angebt oder zu niedrige Gebühren angebt, dann wird einfach eure Transaktion niemals gemeint. Weil der Miner natürlich einfach keinen Bock auf die Transaktion hat. Und sie bleibt einfach ewig in diesem Mempool drin liegen. Und das heißt natürlich dann, dass eure Transaktion niemals irgendwie wirklich ausgeführt wird. Das heißt, es kommt eigentlich zu dem, was man eigentlich vermeiden wollte. Eine Transaktion wird unterdrückt. Und das liegt jetzt nicht daran, dass es einfach böswillig ist. Sondern es liegt einfach daran, dass der Miner sich das halt völlig frei aussuchen kann. Weil er hat natürlich die Macht. Ja, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Stromkosten extrem hoch sind. Aber natürlich auch der Block Reward hier bei 210.000 Bitcoin pro Block liegen. Das heißt, wenn ein Miner einen Block findet, dann bekommt er einfach mal so aus dem Nichts erschaffen, das sehen wir hier übrigens, keine Eingänge neu generierte Münzen. Das ist jetzt allerdings, dazu komme ich gleich, darunter fällt auch der Block Reward. Und dieser Block Reward, der erschafft einfach wirklich neue Bitcoin aus dem Nichts. Das passiert allerdings nicht unendlich lange. Bitcoin ist eine sogenannte deflationäre Währung. Das bedeutet, am Anfang in den ersten vier Jahren von Bitcoin hat ein Miner 50 Bitcoin für einen Block gefunden. Und damals konnte man noch mit der CPU alleine meinen. Überlegt euch das mal. Aber okay, soviel dazu. Also das heißt, man bekommt am Anfang, in den ersten vier Jahren bekommt man 50 Bitcoin für einen Block. In den nächsten vier Jahren bekommt man 25 Bitcoin für einen Block. In den nächsten vier Jahren bekommt man 12,5 Bitcoin für einen Block. Und da sind wir gerade. Danach bekommt man halt eben wieder dasselbe geteilt durch zwei. Und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwann gibt es keinen neuen Bitcoin mehr. Und das ist tatsächlich so ausgelegt, also es werden immer ein paar ganz, ganz weniger, aber es wird halt immer weniger. Und das Ganze konvergiert, also es gibt insgesamt nicht mehr als 21 Millionen Bitcoin. Mehr kann es niemals geben, weil eben niemals mehr Bitcoin erschaffen werden. Auf der anderen Seite kann es natürlich immer mal wieder Bitcoin geben, die verloren gehen. Das heißt, Bitcoin, die zum Beispiel einfach auf einem Wallet liegen und an das Wallet kommt man nicht mehr dran oder sowas. Diese Bitcoin sind wirklich verloren. Das heißt, man verliert manchmal, also die Währung wird irgendwann einfach immer weniger und so weiter und so fort sozusagen. Also mehr als 21 Millionen werden auf jeden Fall nicht erschaffen. Geht gar nicht anders. Ja, und warum sind jetzt hier bei diesem Blockreward 20,6 Bitcoin drinstehen? Naja, das ist sozusagen der Reward für den Miner. Das heißt, er bekommt diesen Blockreward plus er bekommt natürlich alle Transaktionsgebühren. Und wenn ihr Transaktionsgebühren plus Blockreward rechnet, dann kommt ihr auf diese 20,6 Bitcoin hier unten. Und ja, das könnt ihr gerne mal machen. Müsste eigentlich ziemlich genau hinkommen, so sollte es zumindest sein. Wir gucken uns jetzt allerdings diese Transaktion hier mal ein bisschen genauer an. Das ist die sogenannte Coinbase-Transaktion. Coinbase-Transaktion bedeutet, es werden wie gesagt neue Münzen generiert. 12,5 Münzen werden neu generiert. Plus es werden eben noch alle Transaktionskosten oder Transaktionsgebühren einfach hier auf diese Adresse überwiesen. Und das sind mittlerweile keine einzelnen Leute mehr, die das machen, sondern Pools. Aber dazu kommen wir dann noch später. Mittlerweile ist es auch so, dass diese Nons hier einfach nicht mehr ausreicht. Also man kann jeden Wert dieser Nons durchprobieren. Von 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 bis hin zu 9 überall. Mehr Werte kann man hier einfach nicht reinstecken, weil das Feld bittechnisch einfach zu klein ist. Und manchmal reicht das trotzdem nicht aus, um diesen Block hier, also diesen Hashwert so zu bruteforcen, dass er klein genug ist. Das heißt, was man hier jetzt noch gemacht hat, ist die Coinbase-Transaktion. Die zeige ich euch jetzt gerade mal kurz an. Das ist das hier. Da kann man natürlich reinstecken, was man möchte. Und das wird jetzt hier tatsächlich auch, das ist jetzt hexadezimal hier oben. Das Ding ist natürlich jetzt riesig groß. Das heißt, hier kann man gut was bruteforcen. Das dauert auch eine halbe Ewigkeit, bis man das mal durchgebruteforced hat. Also wirklich hier alles von 0 bis F überall. Das sind schon sehr, sehr viele Werte. Und ja, man schaut jetzt halt hier, dass einfach irgendwie das drinsteht, sodass der Hashwert eben klein genug ist. Die meisten Pools geben hier noch eben sowas an. Das heißt, man muss oder man inkludiert hier einfach irgendwie den Pool, also Bitcoin Top jetzt in dem Fall oder F2 Pool oder sonst irgendwelche Pools, die da halt eben drin sind. Und ja, das reicht trotzdem noch locker aus, um diesen Hashwert eben zu bruteforcen. Und Ausgangsskript ist dann eben der Public Key, also die Adresse hier oben, die wir hier haben. Und ja, die Adresse konnte nicht dekodiert werden. Dazu kommen wir auch noch. Was das genau bedeutet, das soll jetzt mal hier nicht dafür sein. Aber wie gesagt, ein Bitcoin Miner bekommt einfach unglaublich viel dafür, dass er einen Pool findet. Allerdings, wir werden auch uns nächstes Mal die Stromkosten ansehen. Braucht er diesen ganzen Dings hier hinten überhaupt erstmal? Ja, und das war es von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.